in diesem video geht es um die v2 max hört sich relativ kompliziert an wer davon noch nie gehört hat der wird sich darunter nichts vorstellen können ich versuche das gleich so einfach wie möglich zu erklären lasst euch nicht von dieser formel hier oder von dem was hier steht irgendwie erschlagen guckt euch das erstmal gar nicht an hier ich versuche das so leicht wie möglich gleich aufzudröseln erstmal ist es wichtig zu wissen was ist die v max überhaupt die v max ist das maximale sauerstoff aufnahmevermögen das bedeutet man schaut sich an wie viel sauerstoff nimmt ein mensch bei einer belastung auf wie viel sauerstoff transportiert er über das blut während der belastung und wie viel sauerstoff kann dann in den zellen letzten endes verwertet werden das heißt die v max spielt vor allem bei ausdauerleistung eine große rolle weil es ja vor allem da wichtig ist viel sauerstoff während der belastung über eine längere zeit vor allem auch aufrechterhalten zu können hier habt ihr einen kleinen vergleich ich habe noch vergessen zu erwähnen die v max wird in liter pro minute angegeben das heißt liter sauerstoff pro minute natürlich hier habe ich euch einen kleinen vergleich aufgeführt nämlich bei trainierten ausdauersportlern sieht man dass die v max zwischen fünf bis sechs litern ungefähr liegt liegt und bei untrainierten ausdauersportlern sieht man dass die v max nur bei drei bis 3,5 litern pro minute liegt da könnte man ja ganz einfach daraus ableiten dass eine hohe v max bedeutet dass man gute ausdauerleistung erbringt dem ist allerdings nicht so denn bei der v max da werden so faktoren wie körpergewicht und auch der mentale aspekt nicht berücksichtigt denn man darf auch nicht vergessen dass ausdauer nicht nur die physische sondern auch die psychische ermüdungswiderstandsfähigkeit meint was ausdauer bedeutet dazu habe ich auch schon mal ein video gemacht das verlinke ich in der beschreibung das heißt v max ist kein garant dafür gute ausdauerleistung zu bringen das heißt es wird dadurch nicht garantiert allerdings ist nur v 2 max die voraussetzung oder auch die basis dafür für gute ausdauerleistung denn man muss dafür gute ausdauerleistung viel sauerstoff aufnehmen und vor allem verwerten können so die v 2 max die lässt sich mit einer bestimmten formel berechnung die hier steht was das jetzt alles bedeutet wisst ihr vielleicht nicht ich versuche das jetzt zu erklären damit man es versteht man hat einmal das herz minutenvolumen und das multipliziert man mit der arteriovenösen sauerstoffdifferenz fangen wir erstmal beim herz minutenvolumen an das errechnet sich durch die indem man die herzfrequenz mit dem schlagvolumen multipliziert die herzfrequenz ist ja einfach kennt ja jeder das bedeutet wie oft das herz pro minute schlägt und das multipliziert man mit dem starkvolumen und das starkvolumen bedeutet wie viel volumen an blut mit einem herzschlag durch den körper gepumpt wird das multipliziert man und dann hat man eben das herz minutenvolumen das bedeutet das einfach so jetzt kommen wir zur arteriovenösen sauerstoffdifferenz die man so aufschreiben kann da muss man erstmal wissen was sind arterien und was sind wehen sind beides arten von adern im körper es gibt da allerdings ein unterschied denn arterien sind dazu da das sauerstoffreiche blut in die körperzellen zu bringen wo der sauerstoff dann über die mitochondrien verarbeitet wird in den zellen und die wehen sind dann dazu da um das blut von dem das sauerstoff in die zellen gebracht worden ist wieder zurück zum herzen zu bringen das heißt in den arterien befindet sich das sauerstoffreiche blut und in den wehen das sauerstoffarme blut in dem sich kein sauerstoff mehr befindet hier kann man natürlich daraus also daraus kann man dann ableiten wie viel sauerstoff letzten endes in den zellen verarbeitet werden kann was ja eben was ich auch schon gesagt habe ein faktor von der v2 max ist wichtiger je mehr sauerstoff in den zellen verarbeitet werden kann desto besser natürlich und hier muss man dann eben einfach nur 0 minus dem sauerstoff in den arterien rechnen das heißt man zieht das einfach voneinander ab und hat sich an wie viel sauerstoff war in den arterien und am ende kommt man ja bei 0 raus und dann sieht man ja wie viel sauerstoff letzten endes umgesetzt worden ist in den in den zellen so mit dieser formel errechnet man dann die v2 max und jetzt seht ihr noch was von der relativen v2 max ich habe gerade eben schon was von einem problem gesagt nämlich dass hier der faktor körpermasse und körpergewicht nicht bei einem nicht berücksichtigt wurde das ist insofern nämlich stimmen dass man keine vergleiche nutzen kann denn das ist ja auch ein unterschied bei sportlern ob ich jetzt in der höheren oder einer unteren gewichtsklasse ich befinde und deswegen kann man den sportler mit einem höheren gewicht und geringen gericht im inblick auf die v2 max und die sauerstoff aufnahme leistungen nicht vergleichen mit der relativen v2 max kann man das eben und da berücksichtigt man den faktor körpermasse eben denn man schaut sich dann eben an wie viel milliliter nicht liter wie bei der v2 max so wie viel milliliter sauerstoff pro kilogramm körpermasse pro minute im körper aufgenommen verarbeitet und transportiert wird so hier mit kann man dann genauere messungen durchführen und dann eben auch bessere vergleiche treffen als bei der v2 max das wäre es dann hierzu wenn es noch fragen gibt dann wie immer gerne in die commentare